Hey Kinders, was geht bei euch ab? Der Liga-Ausschluss von Trilux wurde revidiert. Gestern um 18.45 Uhr, also ungefähr zwei Stunden nachdem mein Video online ging, und damit will ich auf keinen Fall sagen, dass mein Video etwas mit dieser Entscheidung zu tun hätte, hat die 99 Damage Liga ein Statement abgegeben. Ich will jetzt kein großes Drahtrad drumherum machen, sondern einfach nur mit euch diesen Text durchgehen und praktisch das Video von gestern updaten. Revision des Liga-Ausschlusses von Trilux. Die Projektleitung von 99 Damage bezieht Stellung zum gestrigen Ausschluss des Spielers Trilux und seinem Team Team Schweine-Aim aus der 99 Damage Liga. Statement 99 Damage Projektleitung Wie gestern veröffentlicht wurde, haben der Spieler Trilux sowie seinem Team Team Schweine-Aim einen Ausschluss aus der 99 Damage Liga erhalten. Grund dafür war die mehrfache Nutzung eines Bugs in einem offiziellen Spiel der 99 Damage Liga. In der gestrigen Entscheidung wurde der Spieler Trilux dauerhaft gesperrt, sein Team für diese und die kommende Saison der Liga. An dieser Stelle möchten wir nochmals klarstellen, dass dieser Ausschluss keine Einzelentscheidung von einem Admin der Liga war, sondern mehrere Personen, darunter Mitglieder aus dem Tournament-Team von Freaks4U Gaming und der Projektleitung von 99 Damage. Der stellvertretende Leiter der Liga, Major Rabbit, hat demnach nicht alleine, sondern in Absprache mit den oben genannten Abteilungen Personen gehandelt. Dass dieser Ausschluss besonders hohe Wellen schlagen würde, war unserem Team bereits zuvor bewusst. Dennoch möchten wir hier noch einmal klarstellen, dass wir normale Spieler nicht von großen und bekannten YouTubern unterscheiden und jeder Spieler gleich behandelt wird bzw. gleich behandelt werden soll. Was für uns bei diesem Ausschluss entscheidend ist, ist der Fakt, dass der Spieler Trilux während eines offiziellen Ligaspiels diesen Bug mehrfach demonstriert und zuvor auch innerhalb seiner Videos angekündigt hat. Hierbei spielt es keine Rolle, ob dies zuvor mit dem Gegner abgesprochen war oder im Spiel selbst zum Erfolg führt. Wir haben innerhalb der letzten 24 Stunden diverse Reaktionen zum Ausschluss erhalten, gelesen und aktiv verfolgt. Auch die verschiedensten Sichtweisen, die geschildert wurden, egal ob auf Twitter, Reddit, YouTube oder unserem Forum, haben für uns intern noch einmal dazu geführt, die bekanntgegebene Entscheidung genauer zu analysieren und zu reflektieren. Dies hatte ein weiteres internes Meeting zur Folge, wo wir alle Punkte nochmals miteinander besprochen haben. Zum einen wurde über das Regelwerk gesprochen, das speziell zu diesem Thema keine eindeutige und ausreichende Regelauslegung beinhaltet. Allerdings ist durch den Punkt 1 unter Allgemeines mit Absatz E2 Verpflichtungen vermerkt, dass eine Anpassung des Regelwerks jederzeit möglich ist, was in Fällen wie Bug-Using definitiv abbildbar wäre. Für uns wiegte allerdings schwerer der Fall, dass die Nutzung anderer und für manche Personen auch ähnlicher Bugs anders oder nicht geahndet wurden. Das Ergebnis des Meetings brachte uns zu der Entscheidung, dass für die hier nachgewiesene Nutzung des Bugs eine zu harte Strafe erfolgte, weshalb wir mit diesem Statement unseren Entschluss mitteilen möchten, dass die Strafe angepasst wird. Der Spieler Trilux erhält somit keinen permanenten Ausschluss, sondern wird für zwei Seasons aus dem Spielbetrieb ausgeschlossen. Das Team Team Schweine-Aim wird für die kommende Season 8 gesperrt, verliert sämtliche Team Achievements und bleibt weiterhin für die aktuell laufende Season gesperrt. Der Spieler Trilux bleibt ebenfalls für die aktuell laufende Saison gesperrt. Er ist für die Saison 8 und 9 vom Spielbetrieb ausgeschlossen und damit nicht spielberechtigt. Nach wie vor ist zu erwähnen, dass jegliche Nutzung von Bugs, die dazu führt, sich einen Vorteil zu verschaffen, in der 99 Damage Liga verboten ist und geahndet wird. Wie zum Start einer jeden neuen Saison werden wir das Regelwerk weiter modernisieren und durch gewonnene Erfahrungen aufwerten. Speziell die Regelung der Bugs wird hier verdeutlicht, sodass keine weiteren Verwirrungen mehr entstehen kann. Ebenfalls werden ehemalige Fälle, bei denen andere Bugs erlaubt wurden, intern aufgearbeitet, sodass für die Zukunft eine nachvollziehbare Regelung ausgearbeitet wird. Zum Schluss sei noch gesagt, dass wir Beleidigungen, Mobbing und Morddrohungen unter konstruktiven Diskussionen auf das Schärfste verurteilen. Und da bin ich natürlich auch komplett dahinter. So was kann nicht sein. Man kann sagen, dass es eine blöde Idee war, dass sie nicht nachgedacht haben oder nicht richtig nachgedacht haben. Lirum larum. Es gibt viele Worte, die das beschreiben, aber man sollte auf keinen Fall ausfallend werden und so weiter und so fort. Das sagt Trilux ja auch extra in seinem Video. Direkt im nächsten Satz kommen sie darauf zu sprechen. Hier kann man sich ein Beispiel an Trilux selbst nehmen, der seine Sachlage konstruktiv geschildert und dargestellt hat, ohne ausfallen zu werden. Wir sind uns bewusst, dass Personen wie Trilux eine große Fanbase haben und in einem solchen Fall natürlich hinter ihm stehen. Allerdings gibt es auch im Internet Grenzen, die teilweise von einigen Personen überschritten wurden. Weitergehend sei noch erwähnt, dass sich permanente Ausschlüsse, die im Rahmen der 99 Damage Liga erfolgen, nur auf CSGO-Turniere beziehen. Wettbewerbe in anderen Spielen, die von der Freaks4U Gaming GmbH ausgetragen werden, sind hiervon nicht betroffen. Das ist natürlich deutlich chilliger. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, nimmt Trilux das an? Am Ende seines Videos sagt er ja, dass er dadurch jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr mit dieser GmbH haben wollen wird, sich was Neues sucht und somit auch keine kostenlose Promo mehr erstellt durch Videos und Livestreams für 99 Damage. Mal gucken, ich bin gespannt, ob er darauf eingeht. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr durchdacht von ihm zurückzurudern, auf jeden Fall. Ich denke, man muss einfach darauf reagieren, wie die Leute reagieren auf sowas. Also es kam mir wirklich sehr, sehr viel Negatives, nehme ich an und vor allem auch leider wohl sehr, sehr viel Schlimm-Negatives. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es diverse Morddrohungen gab von ganz, ganz jungen Leuten vielleicht, die im Grunde gar nicht wissen, wie man Morddrohungen schreibt, aber trotzdem eine aussprechen. Aber davor ist auch keiner geschützt. Ich denke, selbst bei mir wäre es der Fall, dass wenn mir was ganz Schlimmes passiert, gäbe es wahrscheinlich den einen oder anderen, der übermäßig hart reagiert. Davor kann man sich als YouTuber oder Livestreamer, eben als Influencer, wie man das auch bezeichnen möchte, nicht wirklich schützen. Es gibt einfach in jeder Fangemeinde ein paar Idioten. So weit, so gut. Ich nehme das hier gerade am frühen Morgen auf und muss eigentlich gleich wieder aufstehen, aber ich wollte das so schnell wie möglich updaten. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.